Hallo meine Freunde, hier ist euer Maximus. Ja, ihr seht Hitman Sniper Challenge. Wenn ich das jetzt schon spielen kann, wisst ihr ganz genau, dass ich Hitman schon vorbestellt habe über Steam. Äh, sei es drum, ne? Wir fangen jetzt erstmal an. Wir starten mal. Ja, es sieht schon mal recht ordentlich aus. Äh, es ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt hier spiele. Und, oh, eine Frau redet mit uns. Na, die werden wir wohl ein bisschen vermiesen, die Firmenfeier. Eliminiert? Das hätte von mir kommen können. Kannst du das trinken? Ah, ich hasse Zeit. Zigaretten kippen. Sieht so ein bisschen nach New York aus. Schönes Teil. So, dann fangen wir mal an, ne? Was soll ich machen? Ich hoffe, Sie haben das Dach gut im Blick. 47. Ah. Ihr Primärziel kommt gerade an. Gut, gucken wir mal. Primärziel? Wer wird das sein hier? Von den ganzen Massen? Naja, das spielt erstmal keine Rolle, ne? Ich muss erstmal hier. Ah, ja. Schalten Sie die Waffen in der Nähe der Karten aus. Ja, uh, schönes Ding. Als hätte er nie existiert. Jo, hätte er auch nicht. Ein bisschen vorhalten. Ja! Mein Controller wackelt. Aber ich spiele das mit Tastatur und Maus. Also, zwei habe ich schon wegeliminiert. Ich warte mal bis nebenher. Der guckt jetzt so. Ey. Was ist denn hier los, Alter? Treffe ich nicht. Ich muss auch einen Controller rausziehen, ey. Das geht ja tierisch auf den Sack. So. Ah, 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 ah. Sicher, sicher, sicher. Gut. Ah, hier ist der. Ach, der ist das ja. Pass mal auf, sind hier oben welche? Ah, da ist einer. Ist hier noch irgendeiner? Wo einer sind, sind auch mehrere. Wo seid ihr unten? Ist hier noch irgendeiner? Also, hier unten sind jetzt keine mehr, ne? Gibt es hier noch irgendeiner? Hä? Ist trocken? Ach, da. Wieso muss jetzt da irgendeiner kommen? Schön. Ha! Über die Brüstung rüber. Ist wieder sicher, gut. Ist hier noch irgendeiner? Hier läuft einer. Wenn ich den weg eliminiere, hinten. Könnte da vielleicht drüber runterfallen, ne? Ja, ist er auch. Schön. So, es sind noch ein paar Leute. Geht der jetzt hier hoch? Oder was macht der jetzt? Wo ist denn der Typ überhaupt? Nein, den kann ich jetzt nicht wegschießen, den Typen hier unten. Den hier. Der müsste weiter weggehen, ne? Oh, hier muss ich ja überlegen, ey. Verdammte Scheiße. Das ist ihr Hauptziel. Ja, ja. Gut, getroffen. Hauptziel erledigt. Jetzt muss ich nur noch die ganzen Wachen weg eliminieren, ne? Warte mal, warte mal. Wo ist denn der Typ? Wer ja hier vorne langgegangen ist. Ah, hier. Oh, muss der sich da hinten... Kann ich hier irgendwie auch hier entgegenschießen? Gut. Oh Gott. Kopfschuss. Drei habe ich noch. Äh, vier. Ja, schön. Also das haben wir schon mal sehr nice gemacht. Was und was und... Ah, hier ist noch einer. So, zwei noch. Wo sind die? Suche, 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 suche. Ah, ich suche auch. Ja, wo sind die denn? Zeit läuft gleich ab. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Viele verstecken sich fehlern. Folgen Sie Ihrem Instinkt, sie wollen fortführen. Ah. Zu Ende. Gut, das war jetzt, äh... Die erste Runde. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Mist, das bin ich. Schönein Stoß.